Im heutigen Stoßbeispiel haben wir es mit einer Stabkette bestehend aus zwei Stäben zu tun, wobei während des Stoßvorgangs der obere der beiden Stäbe in einem Lager gefangen wird. Damit kommt es zu einer Änderung des Rotationspunktes im System. Wie so etwas genau zu rechnen ist, das werden wir uns gleich ansehen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt bitte nach und gib dem Video doch auch einen Daumen hoch. Vielen Dank! Wir haben es in dem Beispiel mit einem Stoßvorgang zu tun, und zwar ein bisschen komplexer, wie das normalerweise der Fall ist. Wir haben nämlich hier diese zwei Stäbe, die sind beide homogen und sind da in der Mitte durch ein Gelenk miteinander verbunden. Die haben unmittelbar vor dem Stoß beide zusammen in gestreckter Lage eine Winkelgeschwindigkeit Omega um dieses Lager A. Beim Stoß wird dann aber der obere Stab hier eingefangen, also in das Lager B, die komplette Energie dissibiert, und der untere Stab schwingt weiter. Das sieht man dann da in der rechten Skizze. Das heißt, was wir haben werden ist, wir haben zuerst die Stabkette, die da als Ganzes runterschwingt und nach dem Stoß nur mehr den unteren Teil, der weiterschwingt. Wenn man sich das überlegt, dann ist es so, dass die Rotationsenergie dieses oberen Stabes da vollkommen vom Lager B aufgenommen wird. Das macht die Situation ein bisschen komplexer als normalerweise. Und außerdem ändert sie während dem Stoß, also dann, wenn der obere Stab hier festgehalten wird, sobald er da festgehalten wird, ändert sich der Drehpunkt im System. Zuerst ist der Drehpunkt A und dann wird der Drehpunkt auf einmal dieses Gelenk da unten. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Umrechnung der Schwerpunktsgeschwindigkeiten der Stäbe oder speziell dieses unteren Stabs da auf die Winkelgeschwindigkeit. Jetzt gibt es in dem Fall zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Man könnte sagen, wir schauen das Gesamtsystem an und berücksichtigen einfach das, was der obere Stab tut, überhaupt nicht. Also wir schauen zwar das Gesamtsystem an, tun aber so, als wäre der Stab da oben komplett masselos, was die Energien betrifft. Hat deswegen auch kein Trägheitsmoment, klarerweise dann. Das ist vielleicht weniger einsichtig. Die Vorgehensweise führt aber genau zum gleichen Ergebnis, wie wenn man die beiden Stäbe auseinander trennen würde. Und einfach die inneren Stoßantriebe da überall einführt. Dann ist nämlich klar, dass dieser Stoßantrieb in B da dazu führt, dass die Energie vom oberen Stab völlig verschwindet. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen werden. Nämlich einfach die beiden Stäbe als getrennte Systeme hinzeichnen und dann einfach Impulssatz, Drehimpulssatz für die beiden Stäbe getrennt anschreiben und ineinander einsetzen. Das Einzige, was wir trotzdem berücksichtigen müssen, ist, dass sich eben der Drehpunkt ändert. Unmittelbar vor dem Stoß ist es noch a im Lager oben und dann wird es das Gelenk in Null. Aber abgesehen davon ist es sonst relativ einfach. Machen wir das vielleicht einmal. Wir wollen als erstes die Winkelgeschwindigkeit unmittelbar nach dem Stoß für den unteren Stab wissen. Und ich nenne diese Winkelgeschwindigkeit, so wie es in der Angabe auch ist, einfach Omega Strich. Was wichtig ist natürlich, ist, dass wir einmal ein Koordinatensystem festlegen. Ich habe hier das standardmäßige XY-System. X nach rechts, Y nach oben. Positive Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn. Und dann ist der obere Stab hier oben im Lager A, Lager weggeschnitten, bis hier runter, wo das Gelenk ist. Und der untere Stab hat dann das Gelenk hier und da beispielsweise den Schwerpunkt. Den werden wir brauchen für die Schwerpunktsgeschwindigkeit, für den Impulssatz. Was gibt es dann an Stoßantrieben? Naja, das Lager muss natürlich einen gewissen Stoßantrieb aufnehmen und dann entsprechend auf dem Stab wird es eine Reaktion geben. Dann das Gleiche für dieses Lager B, wo der gefangen wird. SB. Und unten im Gelenk, wenn wir das auseinandertrennen, gibt es auch natürlich einen Stoßantrieb. Den nenne ich S0, weil das Gelenk laut Angabe der Punkt 0 ist. Dann gibt es ganz analog zum Gerva-Träger eine Reaktion am anderen Ende, am anderen Stab im Gelenk. Die müssen Sie natürlich, wie wir wissen, aufheben, wenn man die Stäbe wieder zusammenbaut. und dann gibt es hier eine Geschwindigkeit des Schwerpunkts. VS2 nenne ich die für den unteren Stab und dann entsprechend einfach eine Winkelgeschwindigkeit Omega und Omega Strich. Der obere Stab hat natürlich genauso die Winkelgeschwindigkeit Omega und kein Omega Strich, weil er dann ruht, gefangen wurde bereits. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein paar Abstände, nämlich der Abstand zum Lager hier ist Lambda L und der Abstand ist natürlich L halbe, weil die Stäbe beide L lang sind. Das zeichnen wir vielleicht da oben rein. Der obere Stab ist L und der untere Stab ist genauso L. Soweit, so gut. Dann schauen wir uns an, was man für die Stäbe hinschreiben kann. Stab 1 ist der obere Stab, hat natürlich einen Impulssatz. S0 ist positiv, deswegen beginne ich damit. minus die anderen beiden S A minus S B und das muss natürlich sein P1 Strich minus P1, die Differenz der Impulse. Und dieses P1 Strich minus P1 ist einmal 0, weil der ja nach dem Stoß ruht und damit keinen Impuls haben kann, minus das, was er vorher hat, nämlich umgerechnet bereits Masse mal Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ist umgerechnet auf die Winkelgeschwindigkeit L halbe Omega, weil der Schwerpunkt liegt natürlich auch für den oberen Stab bei L halbe. Wir rotieren vor dem Stoß um das Lager A oben, deswegen haben wir einen Abstand L halbe. Omega Winkelgeschwindigkeit für die gesamte Kette zu dem Zeitpunkt noch. Schreiben wir das einmal ab da noch. Das ist meine Gleichung 1. Mit der Anmerkung noch einmal, der Impuls nach dem Stoß muss natürlich verschwinden, weil der Stab dann ruht. Dann haben wir natürlich den Drehimpuls für den gleichen Stab, den oberen. Der ist einmal positiv S0 mal Stablänge L, Abstand von S0 zum Drehpunkt A, minus Sb mal dieser Restabstand L minus Lambda mal L und S A geht durchs Lager durch, wird also keinen Anteil liefern, keinen momentenartigen. Und auch hier ist es so, dass natürlich L1' dann verschwinden muss, wenn der ruht. Das heißt, wir haben auch hier 0 Minus und das L1 Stab am Ende, am oberen Ende, in dem Fall ist ein Drittel Ml Quadrat, Massenträgheitsmoment, ein Drittel Ml Quadrat und die Winkelgeschwindigkeit ist Omega. Dann auch das wieder abgeschrieben. So, das ist die Gleichung 2. Das gleiche für den Stab 2, der ist etwas komplizierter, weil beim Stab 1 merkt man ja sozusagen in den Formeln nicht, dass der Drehpunkt sich ändert. Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Drehpunkt sich geändert hat oder gerade ändert, bleibt er stehen. Damit hat er keinen Impuls und keinen Drehimpuls und damit spielt das keine Rolle, dass sich der Drehpunkt ändert. Erst beim zweiten Stab merkt man das, weil der sich weiter bewegt natürlich. Und da ist es genauso, Impulssatz minus S0 ist das Einzige, was da an Impuls überbleibt, ist P2' minus P2 also ist minus S0 Ml halbe Omega' das ist nämlich die Schwerpunktsgeschwindigkeit für eine Winkelgeschwindigkeit Omega' um den Lagerpunkt. Da haben wir den Abstand L halbe nach dem Stoß. Und vor dem Stoß haben wir genauso M mal Omega mit einem bestimmten Abstand und dieser bestimmte Abstand ist hier 3 L halbe natürlich, weil das obere L vom Stab dazu kommt. Das ist die Winkelgeschwindigkeit Omega um A und um auf die Schwerpunktsgeschwindigkeit zu kommen, muss man natürlich diesen ganzen Abstand hier rauf nehmen. Das ist L plus L halbe, 3 L halbe. Das ist die Gleichung 3 und analog für den Drehimpulssatz für den unteren Stab. Das wäre dann S0 mal L halbe um den Schwerpunkt angeschrieben. Das ist natürlich Geschmackssache, um welchen Punkt Sie den anschreiben. Der ist nur, wenn man um den Lagerpunkt anschreibt, dieser komplizierter. Dann hat man natürlich Therme der Schwerpunktsgeschwindigkeit mit Normalabstand noch dabei, die ebenfalls zu einem Drehimpuls führen. Wenn man es gleich im Schwerpunkt anschreiben, dann haben wir diese Therme nicht, weil die keinen Normalabstand haben. Aber es kommt natürlich genau das gleiche raus. Also im Grunde jeder, wie er will. Und dann haben wir hier L2' minus L2 und eingesetzt ist L2' Stab um den Schwerpunkt ein Zwölftel mL Quadrat mal Omega Strich und ein Zwölftel mL Quadrat mal Omega. Okay. Dann braucht man auch nicht diese unterschiedlichen Abstände irgendwie reinrechnen. Wenn wir gleich um den Schwerpunkt drehen. Das ist die Gleichung 4. Markieren wir uns die Gleichungen, die wir brauchen werden. Das ist diese hier, die, diese und diese. 4 Gleichungen und hoffentlich nicht mehr als 4 Unbekannte. Ja, also SA, SB, S0 kommt zweimal vor und dann ist natürlich Omega Strich unbekannt. Sollte passen. Sollte man ausrechnen können. Dann probieren wir das. Und zwar nehmen wir einmal die Stab-2-Gleichungen und setzen die rechten Seiten da gleich. Dann muss man natürlich links was machen. Nämlich einerseits müssen wir das zum Plus S0 machen und da dann entweder L halbe hier drauf multiplizieren oder hier mal 2 durch L. Das ist wahrscheinlich angenehmer, weil dann kürzt sich das L gleich raus, ohne dass es quadratisch wird. Also hingeschrieben. Das wäre sozusagen dann für den Punkt A. Da kriegt man nämlich direkt das Omega Strich raus. Ist Minusgleichung 3 gleichgesetzt mit 2 durch L mal gleichung 4 und die rechten Seiten natürlich gleichgesetzt. Das liefert einmal minus M L halbe Omega Strich plus M 3L halbe Omega ist gleich und dann haben wir hier L gleich weg L Sechstel M Omega Strich minus L Sechstel M Omega So dann kann man mal das L kürzen überall und das M überall kürzen und fassen Omega und Omega Strich am besten gleich jeweils auf einer Seite zusammen und landen bei einem reinen Verhältnis 1 halb plus 1 Sechstel für das Omega Strich auf der rechten Seite und dann halt einfach Platz getauscht damit das Vorzeichen positiv ist und für das Omega bleibt von links 3 halbe und von rechts 1 Sechstel mal Omega das heißt wir haben insgesamt 4 Sechstel Omega Strich und hier 10 Sechstel Omega dann kürzt sich schön auch das 1 Sechstel noch raus und wir können sofort ein Omega Strich hinschreiben das dann lautet 5 halbe mal Omega das ist unser erstes Ergebnis Punkt A Punkt B schauen wir kurz was das war ja der Stoßantrieb im Lager ich gehe aber vielleicht einen anderen Weg ich ja der ist eh nicht gefragt wir rechnen zuerst den Stoßantrieb im Gelenk aus bei den kann man direkt ausrechnen jetzt der ist ja hier in der Gleichung 3 und wir haben gerade Omega Strich berechnet braucht man nur einsetzen aber das ist sozusagen schon eine Zutat für den Punkt B wir setzen nämlich das alles in die Gleichung 3 ein und kriegen hier ein S0 und umgedreht dann ist negativ tun wir so minus 5L Viertel mal Omega mal M mal Omega Entschuldigung minus 5L Viertel M Omega plus 3L halbe M Omega zusammengefasst das M Omega rauskommen und die Brüche zusammengefasst liefert das ein Viertel M L Omega das unterstreicht man nicht das ist nur ein Zwischenergebnis so gesehen dann kann man relativ leicht das Sb bestimmen das auch nicht gefragt ist nämlich aus der Gleichung 2 direkt einsetzen Sb und wenn dann Sb und S0 bekannt sind dann bestimmen wir das Sa aus der Gleichung 1 in die Gleichung 2 setzen wir das Ganze ein und landen bei einem ein Viertel M L Quadrat Omega das S0 eingesetzt minus Sb L minus Lambda mal L linke Seite ist gleich minus ein Drittel M L Quadrat Omega dann können wir dann können wir ein L kürzen da ist auch überall L und hier und auf Sb umformen und landen bei einem Sb ist einmal M L Omega durch 1 minus Lambda Faktor von Sb mal und die Faktoren die da überbleiben sind ein Viertel und ein Drittel ein Viertel plus ein Drittel wenn man die Vorzeichen entsprechend richtig umdreht das heißt wir haben M L Omega durch 1 minus Lambda mal 3 plus 4 Zwölftel auf gleichem Nenner gebracht und zusammengezogen und damit ein Sb von sieben Zwölftel mal M L Omega durch 1 minus Lambda so auch das nur ein Zwischenergebnis auf dem Weg zu S A und S A kriegen wir jetzt aus der Gleichung 1 auch hier wieder wir setzen in die Gleichung 1 ein kennen jetzt alles außer S A haben also wieder ein Viertel M L Omega minus S A minus sieben Zwölftel M L Omega durch 1 minus Lambda ist ist minus M L halbe Omega so was kann man da kürzen leider gar nichts weil das S A keinen Faktor hat also S A einfach rausgehoben S A ist dann Viertel Faktoren von M L Omega minus sieben Zwölftel durch 1 minus Lambda ja was fällt uns nämlich plus ein halb von rechts ist mal M L Omega das ist der gesamte Faktor ja und dann ziehen wir das Ganze zusammen zu einem Dreiviertel minus sieben durch zwölf mal 1 minus Lambda mal M L Omega und entsprechend auf gleich Nenner gebracht also man kann es auf zwölftel 1 minus Omega bringen Nämlich 9 haben wir dann mal 1 minus Omega minus sieben durch diesen Faktor von rechts zwölf mal 1 minus Omega und dann kann man den neuner natürlich in die Klammer rein multiplizieren 9 minus 9 Lambda minus sieben ist dann insgesamt 2 minus 9 Lambda also wird unser SA 2 minus 9 Lambda durch 12 mal 1 minus Lambda mal M L Omega und da links habe Ihnen das M L Omega unterschlagen so jetzt passen und das ist das gesuchte Ergebnis in Punkt B gut also einfach stures ineinander einsetzen was ist die Frage c die Frage c ist welchen Wert muss Lambda haben damit wir im Lager keinen Stoßantrieb haben da ist die Lösung E-Sharung geben einfach SA 0 setzen wir haben SA gerade berechnet das ist also eine triviale Angelegenheit c wenn man aus dieser Gleichung da rechts hier SA einfach 0 setzen was kann dann passieren kann man durch Hinschauen eigentlich lösen nämlich was nicht 0 werden darf im Allgemeinen ist dieses m mal l mal Omega weil wenn wir die Masse 0 machen haben wir klarerweise keinen Stoßantrieb wenn wir die Länge des Stabs 0 machen auch nicht weil es kein Stab mehr gibt und wenn der Stab sich nicht bewegt kann man auch keinen Stoßantrieb haben also diese drei da hinten die kann man natürlich nicht 0 machen was man dann noch 0 machen kann ist da vorne und da muss 0 sein und damit ist klar Lambda muss zwei Neuntel sein dann ist SA 0 geometrisch gesehen und die letzte Frage der Energieverlust den kann man auch ausrechnen natürlich weil wir wissen ja was vor dem Stoß war und wir wissen was nach dem Stoß ist Winkelgeschwindigkeiten Trägheitsmomente können einfach die Energie ausrechnen und das was überbleibt muss der Verlust gewesen sein die kinetischen Energien einfach aufgestellt und dann die Differenz daraus gebildet ist alles was wir machen wir haben einmal kinetische Energie vor dem Stoß 1,5 I Omega Quadrat und das I unser Trägheitsmoment ist natürlich das Trägheitsmoment des gesamten Stabs also zweimal die Masse und zweimal die Länge zum Quadrat Drittel um den Lagerpunkt A dann ist es der gesamte Stab mit zweimal dieser Masse die haben beide die Masse M also 8 ML Quadrat Drittel und genauso für den Beitrag nach dem Stoß T Strich da wird es dann klarerweise I Strich und auch Omega Strich Quadrat und das I Strich ist dann nur mehr der Stab unten ML Quadrat Drittel wenn man die Rotation Omega Strich um den Gelenks Punkt ansetzen so wie wir es ja jetzt in der Rechnung getan haben und dann ist unser T eingesetzt für ML Quadrat Drittel mit einmal halb mal Omega Quadrat und das T Strich ist entsprechend ML Quadrat Sechstel mal Omega Strich Quadrat beziehungsweise wenn es das Omega Strich von oben einsetzen das wir ausgerechnet haben mit den 7 Entschuldigung 5 halbe so dann haben wir da jetzt ML Quadrat Sechstel mal 25 Viertel Omega Quadrat das lasse ich gleich so stehen und dann kann man den Energie Verlust einfach als T minus T Strich hinschreiben dann ist er positiv hoffentlich weil T Strich ja nachher kleiner sein wird als T vorher nachdem sie der obere Stab nicht mehr bewegt und dann haben wir hier 4 ML Quadrat Drittel Omega Quadrat rausgezogen minus und dann multiplizieren wir das 25 24 mL Quadrat mal Omega Quadrat beziehungsweise Verlust mL Quadrat Omega Quadrat beziehungsweise Verlust mL Energie 7 24 mL Quadrat Omega Quadrat so und damit ist dann die letzte Frage geklärt natürlich muss eine positive nicht verschwindende Verlust Energie überbleiben wenn der obere Stab gefangen wird weil das heißt ja nichts anderes als dass der dort so stößt dass es vollkommen plastisch ist wenn es so wollen also vollkommen abgebremst wird und damit muss die Energie verloren gehen